Superleichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir eine süße Regenbogenschnecke zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Ich beginne mit seinem Haus so. Dann seinen Körper. Jetzt zeichnen wir ein süßes Gesicht für unsere Schnecke. Ich zeichne zwei niedliche Augen. Und seinen lächelnden Mund. Und seine Wangen. Perfekt! Dann füge ich etwas Gras um ihn herum hinzu. Sehr gut! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker. Um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Ich werde unsere süße Schnecke mit den Farben des Regenbogens ausmalen. Ich beginne mit der Farbe Rot. So. Dann benutze ich Orange. Gelb. Ein bisschen dunkelblau. Dann hellgrün. Dann hellgrün. Dunkelgrün. Dunkelgrün. Hellblau. Ein bisschen dunkelblau. Ein bisschen dunkelblau. Hellviolett. Lila. Und rosa. Lass uns wieder mit Rot beginnen. Orange. Gelb. Und grün. Rosa. Schließlich benutze ich diesen Marker für den Körper. Sehr schön und bunt sieht das aus. Schließlich füge ich grünes Gras hinzu. Und etwas blau im Hintergrund. Ausgezeichnet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like. Und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.